Oh, oh, ich habe drei so Love-Felder abgemacht. Schnell bevor der Martin was merkt. Was? Klick, 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 klick. Sag nochmal bitte. Ich habe drei so Love-Felder abgemacht. Waaah! Ach ja, ich liebe Klippen. Oh, Klippen. Die Klippen machen uns nicht besser. Alter, diese Klippen, ne? Och, scheiß Klippen, ey. Och, alter, diese scheiß Klippen hier. Ach, sind jetzt so wenig Klippen im Weg. Oh, dieses Klippen, ey. Oh, jetzt sind hier so dufe Klippen im Weg, ne? Ey, diese Klippen. Och, Klippen. Richtig, diese Klippen hier, ne? Och, Klippen, überall Klippen hier. Och, diese Klippen, ey. Ich baue das mal um. Ich reiß nochmal kurz alles ab. Ich reiß das hier erstmal ab. Ich baue jetzt mal kurz was um. Ich habe schon wieder alles abgerissen und neu gebaut. Ich reiß mal wieder alles ab, was ich gerade gebaut habe. Das kennen wir. Ja, nichts Neues. Ähm, wer hat denn die Kupferproduktion weitergemacht? Äh, ich habe die gemacht. Irgendwie reißt du ständig was weg. Ja, guck mal an. 50% laufen doch hier. Wer sich erwartet hat. So, wir verbrennen jetzt erfolgreich Items. Das ist, was man zum Start braucht. Marco? Ja? Verbrennst du gerade Erz? Ja. Es gibt jetzt neue Lampen. Bafloor Lamp. Oh. Bei Lampen. Also wenn ich die jetzt da hinwerfe, dann sind die für der Wande halb kaputt. Das ist richtig. Ich weiß nicht, wie es bei Wasseraufschüttung oder Wasser... Ja, aber Wasser brauchen wir, ähm, brauchen wir nicht viel. Brauchst du 200 Wasser. Ja, genau. Und dann? Das war's. Was wird daraus? War's so. Ähm. 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 Forschungslabore, Labore, Jürgen, Turien, Vorschuss, Forschungslaboren, Labore. Alter. Weißt, was ich meine, ne? Okay, was auch. Ich mach jetzt erstmal... Also mein Plan ist jetzt, äh, erstmal hier Eisen. Ich glaub, wir haben das Kohle, das, äh, Eisen, das Kupfererzfeld. Krass, ich hab ne Zwischenfrequenz. Oh, Bäume kann man viel weiter wegschießen. Das ist viel besser. Jetzt zum Beispiel, wenn wir elektrische Erzförderer, äh, elektrische, ähm, Heizöfen haben. Schmerzsirfen? Nein, 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 ja, oder, ja, von mir aus, nee, nee, warte, irgendwas. Nee, okay, sorry, ich hörts gar nicht, wärts im Menü einfach drin. Genau. Und, äh, hier die Zahnrädchen und für die grünen Schalter, äh, für die Greifarme, für die grünen Fläschchen. Das Mikrofon kam grad so ein Stückchen runter. Mikrofon? Das war nur so ne, so ne, so ne, so ne. Für mich selber Notiz. Ich find immer interessant, welche Strom ist unser Strom ist, so, zusammenhalten. Schwefel braucht man, ne? Dafür brauchen wir Wasser, die stehen in der Wüste. Das ist ja schön. Wir haben keinen Strom mehr. Ja. Wir haben keinen Strom. Ja. Irgendwieso gar nicht? Wir hätten komplett alles stichtet. Wir haben keinen Strom. Ja. Ja, ich weiß, wir haben keinen Strom. Ich sag nichts. Alter, als ob das jetzt wirklich der einzigste Strom was ist, der das hier verbindet. Wir haben keinen Strom. Achso. Marco? Als ob der jetzt wichtig war, was? Äh, wir haben keinen Strom. Das ist normalerweise ein Spruch von uns, Marco. Nicht von dir. Das hast du nicht gesehen. Missschaftspaket für Automatisierung kann nicht verhütet werden. Okay, ich hab 45 Granaten an. Okay, ich hab null. Feuer frei. Uh, uh. Komm, wir machen das Blatt. Puh. Okay, gut. Angriff. Uuaah. Au. Haben wir uns vielleicht verfahren? Ey. Bin ernst. Ich hab mich schon wieder verfahren. Tada. Ey, warum krieg ich Schaden? Okay, hier ist eine böse Ecke. Ich setz mal Mauer drum. Okay. So. Dann geht doch einer verbrennen, ne? Kennst du aber mein Hobby hier. Wunderbar. Wunderbar. Ah, das sieht doch schön aus. Jawohl. Wir haben die Effizienz die Verbrennungsanlage gesteigert. Jetzt müssen wir noch Luftfilter hier neben Platzchen, ob das richtig so groß wird. Ich glaube, wir können sogar grünen Strom produzieren. Grüne Strom. Oh mein Gott. Selber ein Fahrmittel. Wohin? Wo du magst. Ah, da nicht. Wo ich mag. Ja, nee. Das guckt halt gar nichts mehr an. Marco? Marco? Warte, warum hast du das gemacht? Nee, eigentlich nicht viel. Nee, eigentlich nicht viel. Renn, Marco. Quatsch, ich habe genug Mauern dabei. Ach so, hier haben wir Gegner. Okay, ich habe noch 17 Mauern. Ja, Martin? Die 17 Mauern, die reißen. Warte mal, Martin. Ich gebe dir einfach mal einen Fisch. Da. Danke. Wie ist der Fisch? Alter, ich habe nicht einen schwulen Fisch drin stehen. Ey, der ist von mir. Komm, Marco, wir gehen mal noch. Lachen wir mal so gut. Wo ist er denn? Ah, da. Mhm. Ja, ich habe nicht einen Fisch. Zerstöre 100 Bäume durchrammeln. Das sind Server irgendwie so eingestellt, dass viel im Weg rumsteht, oder? Das bringt nichts, aber egal. Also nicht das, was ich immer hinter... Das bringt nichts, Marco. Nee, Marco, das bringt nichts. Okay, ich höre auf. Ah. 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 Vielen Dank.